Ich bin krank. Sie hustet stark. Er hustet stark. Ich habe Rückenschmerzen. Er hatte Rückenschmerzen. Er wird ohnmächtig. Sie ist ohnmächtig geworden. Ich habe Brustschmerzen. Ich hatte Brustschmerzen. Sie hat Fieber. Er hatte Fieber. Sie hat Kopfschmerzen. Er hatte Kopfschmerzen. Ich habe einen Herzinfarkt. Er hatte einen Herzinfarkt. Mein Arm ist gebrochen. Mein Finger ist gebrochen. Mein Kopf ist verletzt. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin mit einem gebrochenen Bein gelaufen. Ich habe Schulterschmerzen. Ich liege im Bett. Ich habe Schulterschmerzen. Er hatte Schulterschmerzen. Er niest. Sie hat geniesst. Sie hat Bauchschmerzen. Er hatte Bauchschmerzen. Sie gibt eine Urinprobe ab. Sie hat eine Urinprobe abgegeben. Sie nimmt eine Tablette ein. Er hat eine Tablette eingenommen. Er hat Zahnschmerzen. Sie hatte Zahnschmerzen. Sie hat sich übergeben. Ich habe mich gestern übergeben. Gesundheit Der Arzt misst die Temperatur. Der Arzt hat die Temperatur gemessen. Ich fülle den Fragebogen aus. Ich habe den Fragebogen ausgefüllt. Der Arzt schreibt einen Bericht. Der Arzt hat einen Bericht geschrieben. Der Arzt gibt mir eine Impfung. Der Arzt hat mir eine Impfung gegeben. Der Arzt gibt mir Medizin. Der Arzt hat mir Medizin gegeben. Der Arzt gibt eine Injektion. Der Arzt gibt eine Injektion in die Schulter. Der Arzt hat eine Injektion in die Schulter gegeben. Der Arzt gibt eine Injektion in die Schulter. Der Arzt stellt das Rezept aus. Der Arzt hat das Rezept ausgestellt. Der Arzt untersucht meinen Hals. Der Arzt hat meinen Hals untersucht. Der Arzt hat meine Ohren untersucht. Der Arzt hat meine Ohren untersucht. Der Arzt kontrolliert meinen Blutdruck kontrolliert. Ich habe sein Bein bandagiert. Er schiebt die Trage. Sie schiebt den Rollstuhl. Der Arzt meldet gute Nachrichten. Der Arzt hat gute Nachrichten gemeldet. Der Arzt zieht sich den Röntgenfilm an. Der Arzt hat sich den Röntgenfilm angesehen. Ich bin krank. Sie hustet stark. Er hustet stark. Ich habe Rückenschmerzen. Er hatte Rückenschmerzen. Er wird ohnmächtig. Sie ist ohnmächtig geworden. Ich habe Brustschmerzen. Ich hatte Brustschmerzen. Sie hat Kopfschmerzen. Er hatte Kopfschmerzen. Ich habe einen Herzinfarkt. Er hatte einen Herzinfarkt. Mein Arm ist gebrochen. Mein Finger ist gebrochen. Mein Kopf ist verletzt. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin mit einem gebrochenen Bein gelaufen. Ich liege im Bett. Ich habe Schulterschmerzen. Er hatte Schulterschmerzen. Er niest. Sie hat genießt. Sie hat Bauchschmerzen. Er hatte Bauchschmerzen. Sie gibt eine Urinprobe ab. Sie hat eine Urinprobe abgegeben. Sie nimmt eine Tablette ein. Er hat eine Tablette eingenommen. Er hat Zahnschmerzen. Sie hatte Zahnschmerzen. Sie hat sich übergeben. Ich habe mich gestern übergeben. Gesundheit Der Arzt misst die Temperatur. Der Arzt hat die Temperatur gemessen. Ich fülle den Fragebogen aus. Ich habe den Fragebogen ausgefüllt. Der Arzt schreibt einen Bericht. Der Arzt hat einen Bericht geschrieben. Der Arzt hat mir eine Impfung gegeben. Der Arzt hat mir Medizin gegeben. Der Arzt hat eine Injektion in die Schulter gegeben. der Arzt schreibt. Der Arzt hat das Rezept aus. ausgestellt. Der Arzt untersucht meinen Hals. der Arzt hat meinen Hals untersucht. der Arzt hat meine Ohren untersucht. der Arzt hat meinen Blutdruck kontrolliert. Ich habe sein Bein bandagiert. Er schiebt die Trage. Sie schiebt den Rollstuhl. Der Arzt meldet gute Nachrichten. Der Arzt hat gute Nachrichten gemeldet. Der Arzt zieht sich den Röntgenfilm an. Der Arzt hat sich den Röntgenfilm angesehen. Der Arzt hat einen Röntgenfilm an. Die Arzt hat einen Röntgenfilm an.